Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Ranga Yogeshwar, liebe Frau Betsch, lieber Herr Scheible, Frau Zinkant, verehrte Abgeordnete des Deutschen Bundestages, liebe Leibnizianerinnen und Leibnizianer, meine sehr verehrten Damen und Herren, es war immerhin ein Nobelpreis, ein Nobelpreis für Medizin, mit dem der Wegbereiter der modernen Impfung, John Franklin Anders, 1954, ein Jahr bevor ich geboren wurde, ausgezeichnet wurde. Über ein halbes Jahrhundert später wird in Deutschland eine gesetzliche Impfpflicht gegen Masern eingeführt. Heißt das, meine Damen und Herren, dass unsere immer erlaubte und erwünschte skeptische Grundhaltung hierzu einer womöglich gefährdenden Ablehnung geworden ist? Was spricht für, was spricht gegen eine solche Entdeckung, die so offensichtlich von hohem Nutzen für die Menschheit ist? Darüber debattieren heute Abend Ranga Yogeshwar, Wissenschaftsjournalist, Cornelia Betsch, Professorin für Gesundheitskommunikation, Ulrich Scheible, Infektionsforscher und Leibniz-Direktor, moderiert von Katrin Zinkant, Redakteurin im Ressort Wissen der Süddeutschen Zeitung, bekannt vor allem mit ihren Arbeiten im Bereich der Lebenswissenschaft. Begleitend zur Leibniz-Debatte heute präsentieren sich auch sechs Leibniz-Forschungsverbünde und Leibniz-Wissenschafts-Campi und geben an ihren Informationsständen, die sie hoffentlich schon besucht haben oder nachher besuchen werden, Einblicke in die interdisziplinäre Gesundheitsforschung innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft und dafür, liebe Leibnizianerin, Leibnizianer, danke ich Ihnen ganz herzlich. Wie ist Impfskepsis zu begründen und wie schafft man es, Infektionskrankheiten weltweit einzudämmen, wenn jeder nur noch das impft, was er möchte? Darüber wollen wir heute in unserer Reihe Leibniz debattiert sprechen. Auch die heutige Podiumsdiskussion greift das Prinzip des wissenschaftlichen Diskurses auf, in dem Meinungsvielfalt gefordert und gefördert wird und der Disput wertgeschätzt. Dabei behält er stets die beste der möglichen Welten im Auge getreu unseres Namensgebers, Gottfried Wilhelm Leibniz. Für den Austausch über Erkenntnisse, die für jede Form der Meinungsbildung und Entscheidung unerlässlich sind, übergebe ich nun an Sie, liebe Frau Zinkant, die Bühne, das Mikrofon und alles, was Sie an Insignien brauchen. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Funktioniert das? Ja, es funktioniert. Alles klar. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Wir haben heute Abend nicht viel Zeit. Wir wollen diskutieren, wie Herr Kleiner eben schon ausführlich dargestellt hat, übers Impfen und Impfskepsis. Woher kommt das? Was können wir dagegen tun? Kommen wir da überhaupt noch raus? Und wir haben drei ausgewiesene Experten heute Abend und die möchte ich jetzt auf die Bühne bitten. Zuerst Frau Cornelia Beetsch, herzlich willkommen. Ranga Jogeshwar, vielen natürlich auch bekannt aus dem Fernsehen. Und Herrn Ulrich Scheible, der für die Impfexperten sozusagen heute. Wir haben eben im Vorgespräch uns vorgenommen, eine kleine Umfrage zu machen. Und zwar wissen wir nicht genau, wir wissen ja eigentlich alle nicht genau, wer sind eigentlich Impfskeptiker oder impfkritische Menschen? Wie viele gibt es davon heute? Und wir haben uns gefragt, wie viele Menschen heute Abend hier sind, die sagen wir mal jetzt nicht grundlegende, aber doch ein bisschen Zweifel an der Sicherheit und Wirksamkeit von Impfungen haben. Und wir wären sehr dankbar, wenn diejenigen Personen heute mutig genug wären, sich zu melden. Eine, zwei, noch jemand mutig genug? Ja gut, dann gehen wir jetzt davon aus, wir haben also die überwiegende Mehrheit von Ihnen überzeugt von Impfungen. Wir wollen trotzdem mal die Sachlage versuchen, ein bisschen zu ergründen. Also seit Monaten wird ja diskutiert über Impfungen, insbesondere über die Impfpflicht. Wir haben einen Gesetzesentwurf. Warum ist das eigentlich so? Haben wir eigentlich einen Impfnotstand in Deutschland? Herr Scheibel. Naja, wir sehen gerade in der Vergangenheit, dass die Zahl der Impfungen, gerade was Masern, Mumps, Röteln angeht, MMR-Impfung, die Zahl der Geimpften zurückgeht, leicht zurückgeht. Dass es bestimmte Gegenden gibt, gerade in Süddeutschland, wo kaum Kinder geimpft sind. Und ich glaube, ein wichtiger Notstand, der gar nicht so wirklich bewusst gemacht wird, sind die Personen, die jetzt so 18 und älter sind, bis 40, von denen man annimmt, dass sie geimpft wurden in der Vergangenheit, dass bei denen tatsächlich ein Impfschutz fehlt. Da redet man von weniger als 50 Prozent Schutz. Und das liegt vielleicht daran, dass die Masern immer so, also in dem Fall Masern auch Mumps, Röteln als Kinderkrankheit empfunden werden, aber ohne weiteres natürlich auch Erwachsene betreffen können. Okay, das mit der Kinderkrankheit, das kenne ich auch noch aus meiner Kindheit. Da war das auch schon, da waren die Masern auch schon eine Kinderkrankheit. Trotzdem bin ich geimpft worden von meiner, von meinen Eltern. Das, ja, also gibt es jetzt eigentlich auch schon Folgen, die spürbar sind heute, also die man sehen kann, dadurch, dass die Impfzahlen, wie Sie sagen, also die Impfquoten, dass sie zurückgehen. Haben wir mehr Impf-, mehr Masernfälle in Deutschland? Also vielleicht müssen wir zum einen zunächst mal sagen, aufgrund der Impfung sind die Masern bei uns zurückgegangen, erheblich zurückgegangen. Und nicht nur in Deutschland, weltweit sind die Masernfälle zurückgegangen. Das zeigt eigentlich, wie effektiv eine Impfung funktionieren kann. Es ist allerdings so, dass diese Impfung, wir werden sicher hinterher noch über Verträglichkeiten und solche Sachen reden, dass diese Impfung tatsächlich das Potenzial hat, diese Krankheit auszurotten, weltweit auszurotten. Und darauf basierend Deutschland, ein entwickeltes Land, was die Möglichkeit hat, wirklich flächendeckend zu impfen, ein Land ist, wo das Potenzial auszuschöpfen wäre. Und das hat bisher nicht funktioniert. Wir haben 2015 wieder mehr als 1000 Masernfälle gehabt. Wir haben im Moment 2017 1000 Masernfälle gehabt, was einfach nicht dem entspricht, was man gerne erreichen würde. Ja, man würde gerne eine in einen Millionen Personen bekommen, die noch Masern bekommt. Und damit könnte man ähnlich wie die Pocken und in den meisten Ländern die Polio, die Masern ausrotteln. Okay, also vielleicht noch mal kurz zu der Masernerkrankung an und für sich, damit vielleicht auch alle genau ein bisschen vor Augen haben, was das eigentlich bedeutet. Frau Beetsch, vielleicht können Sie da auch ein bisschen erläutern, was ist denn jetzt hier die Situation, was sind die Risiken in Abwägung zu dem Nutzen bei Masern, bei einer Masernimpfung? Die Frage ist vielleicht bei Ihnen als Mediziner besser aufgehoben. Aber Sie beschäftigen sich ja seit langer Zeit auch schon sehr intensiv mit dem Thema. Genau. Also als Psychologin beschäftige ich mich vor allem damit, wie werden diese Risiken wahrgenommen. Und da ist es natürlich so, dass wir jetzt eine ziemlich gut geimpfte Gesellschaft haben. Sie ist nicht gut genug geimpft. Das haben wir gerade gehört, um Masern auszurotten. Aber wir sehen die Masern nicht mehr. Wir wissen kaum mehr, wie das aussieht. Es hat vielleicht was mit roten Punkten zu tun. Aber gucken wir vielleicht eine Diphtherie an. Das würde früher der Würgeengel der Kinder genannt. Das wissen wir gar nicht mehr, Gott sei Dank, weil es eben so selten auftritt. Das heißt, wir nehmen diese Risiken gar nicht mehr wahr. Aber wir nehmen vielleicht Risiken von Nebenwirkungen wahr. Wir gehen ins Internet, Dr. Google oder wir kaufen vielleicht mal ein Buch, wenn was uns wichtig ist, kaufen wir mal ein Buch, einen Reiseführer oder mal ein Buch über das Impfen. Und auch da im Buchmarkt sieht man eben sehr viele impfkritische Bücher, wo sehr stark auf die Sicherheit von Impfungen abgehoben wird und Schadensfälle prominent hervorgehoben werden, sodass der Eindruck entstehen kann, dass das Impfrisiko größer wäre als das Erkrankungsrisiko oder das Risiko, was mit einer Erkrankung verbunden ist. Aber wie ist das? Haben Sie Zahlen dazu ungefähr? Also wie groß ist das Risiko der Impfschäden im Vergleich zu den Schäden, die man durch eine Masernerkrankung erleiden kann? Also vielleicht sollte man noch mal sagen, die Masern an sich ist eine Viruserkrankung, die nur von Mensch zu Mensch übertragen wird, ist eine der infektiösesten Erkrankungen. Also quasi fast jeder, der mit diesem Virus in Kontakt kommt, wird infiziert und fast jeder von den Infizierten entwickelt auch die Krankheit in verschiedenen Schweregraden. Auch man geht davon aus, dass schwere Komplikationen, das sind Pneumonien, also Lungenentzündungen, schwere Durchfälle bis hin zu einer Enzephalitis. Die schweren Durchfälle in die Pneumonien, bis zu acht Prozent der Infizierten entwickeln das. Die Enzephalitis, was schon eine schwere Erkrankung ist, ungefähr eine Person in tausend. Und vielleicht sollte man noch vergessen, es gibt in der Tat durch die Maserninfektion eine Spätfolge, die Jahre, ich glaube das längste sind 27 Jahre nach der Infektion, aber meistens Monate bis einige bis drei Jahre später. Das nennt sich eine subakute sklerotisierende Panencephalitis, also eine Erkrankung des Gehirns, die bisher hundertprozentig zum Tode führt, innerhalb von ungefähr drei Jahren. Also eine sehr schwere debilitierende Erkrankung. Davon geht man aus, oder gibt es so neue Berechnungen, dass ungefähr ein Fall von 3.300, das hat ein Statistiker, ein Epidemiologe ausgerechnet, nach einer Maserninfektion wird das entwickeln. Und wer vielleicht mal so einen Film gesehen hat von solchen Patienten, der sieht, wie schwer diese Erkrankung ist. Im Vergleich, die Impfung selber hat gewisse Nebenwirkungen. Das, was häufigste, glaube ich, bis zu zehn Prozent der Impfungen mal vorkommen kann, sind sogenannte Fieberkrämpfe. Fieberkrämpfe, die auch häufig und in der Regel in den ersten zwei Wochen nach der Impfung bei kleinen Kindern sowieso häufiger vorkommen. Und ansonsten sind die Nebenwirkungen eher gering. Was aber zum Beispiel die Encephalitis, wo ich bei eins von tausend Fällen, das sehe bei Erkrankten, also Infizierten, das findet man eins in einer Million bei Geimpften. Und diese subakute, sterilisierende Panencephalitis, die hat man bisher nicht beobachtet bei Geimpften. Okay, aber woher kommt denn das? Also ich meine, auch Ranga Yogeshwar beschäftigt sich ja schon seit langer Zeit, auch in Corks & Co. damals schon... Ich bitte jetzt nochmal, alle Ihre Handys auf lautlos zu stellen. Dankeschön. Mit dem Thema Impfen und eigentlich wird also quasi der Wissenstransfer seit langer Zeit ist ja vorhanden. Also haben Sie eine Erklärung dafür, warum das eigentlich inzwischen gar keine Wirkung mehr entfaltet? Ich glaube, wir müssen mehrere Sachen mal nebeneinander setzen. Das erste ist, ich bin in meiner Kindheit in Indien aufgewachsen. Es war ziemlich offensichtlich, warum man sich impfen lässt. Weil man sah Menschen, die hatten Polio, man sah Menschen, die hatten Pocken. Und als kleines Kind, auch wenn die Nadel damals noch viel größer war als heute, wollte man nicht so sein wie die. Das heißt, die Akzeptanz des Impfens war zuerst einmal ein Segen. Jetzt leben wir in Industriegesellschaften ein bisschen in einer Zentralheizungsgesellschaft. Ja, das ist alles bequem geworden. Wir sehen diese Fälle nicht. Das heißt, der erste völlig verständliche Schritt ist, dass das offensichtliche Risiko, an etwas zu erkranken, nicht täglich sichtbar ist. Hier in Deutschland noch vor 50 Jahren war es so, dass man jede Menge Menschen sah, die Polio hatten oder die als Kind Polio hatten oder die im Rollstuhl saßen oder gehbehindert waren. Das konnte man sehen. Heute sehen wir das einfach nicht. Das heißt, es ist natürlich eine menschliche Reaktion, dass ich immer, wenn ich ein Risiko habe, anfange, Risiken abzuwägen. Zu sagen, wofür nehme ich ein Risiko? Und das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir erleben Unterschiede. Wenn wir von Impfskepsis reden, müssen wir, finde ich, global einfach mal klarmachen, wir haben immer noch Länder. Und das große Problem ist, dass Kinder noch heute, 2019, nicht ordentlich geimpft werden. Die würden sich wünschen, geimpft zu werden. Und wir haben auf der anderen Seite Industrienationen, bei denen das nicht der Fall ist. Also konkret die USA, da fängt die WHO jetzt an, schlichtweg zu überlegen, ob man den USA den Status, dass die Masern dort nicht mehr da sind, entziehen möchte. Oder ich möchte ein zweites, in gewisser Weise aktuelles Beispiel bringen und dann kann man es vielleicht auch mal quantifizieren. Die HPV-Impfung, also die Gebärmutter-Halskrebs-Impfung, ist zuerst einmal ein Segen. Es ist die erste Impfung gegen einen Krebs, also großartig. Eine Riesenchance. Und in einem Industrieland wie Japan ist es so gewesen, dass durch den Druck der Impfgegner, die natürlich sehr stark medial laut sind, die Impfquote, es gibt Zahlen darüber aus den verschiedenen Präfekturen, von etwa 70% auf unter 1% gefallen ist. Und jetzt muss man sich das mal quantitativ vor Augen führen. Wir haben in Japan eine Situation, wo statistisch gesehen im Jahr etwa 3000 Frauen sterben aufgrund der Tatsache, dass sie Gebärmutter-Halskrebs bekommen. Sie haben den bekommen, weil es früher keine Impfung gab. Das ist auch besonders häufig in Japan. Ja, aber es ist auch bei uns häufig. Aber ich versuche einfach mal so eine Zahl in den Raum zu werfen. Dadurch, dass in Japan heute so gut wie bedauerlicherweise eben nicht geimpft wird. Und es ist sogar so, dass die Regierung, die japanische Regierung die Impfempfehlung zurückgezogen hat. Sie wurde mehrfach von der WHO deswegen gerügt. Muss man sich heute vorstellen, dass Impfgegner in Anführungszeichen und damit resultierend die Nichtbereitschaft in Japan, junge Frauen und junge Männer gegen HPV zu impfen, dazu führt, dass in Zukunft rein statistisch etwa 3000 Menschen sterben werden. Jedes Jahr. Also das macht einfach mal klar, dass Impf-Skepsis nicht irgendein Nice-to-have-Thema ist, sondern das betrifft Menschenleben. Das Risiko ist, finde ich, ziemlich groß. Gut, jetzt haben wir von Impfgegnern gesprochen. Ich denke mal, wir müssen auch ein bisschen differenzieren. Das wird ja immer auch verlangt oder nicht verlangt. Also es ist einfach auch angezeigt, weil es einfach auch viele Menschen gibt, die nicht jetzt gleich gegen Impfungen sind. Wir haben ja eingangs schon gesagt, sondern die zunehmend durch, sagen wir mal, Berichte verunsichert werden und sich dann fragen, muss ich das jetzt wirklich machen? Ich würde am liebsten gerne hier einen Test machen. Ich mache ihn mit meinem Handy, Sie können es auch machen. Nehmen Sie mal Google und geben Sie einfach Impfen ein. Wenn ich das tue, ist es bei mir so, dass an zweiter Stelle Impfen Nein Danke kommt. Und jetzt versetzen Sie sich einfach in die Lage eines ganz normalen Menschen, der sich informieren möchte und er sieht an zweiter Stelle Impfen Nein Danke. Das ist eine fulminante Prioritätenverschiebung, die medial kommuniziert wird und bei der zuerst einmal, da muss man nicht unbedingt ein eingeflaschter Impfgegner sein, aber eine Mutter, die sich informieren möchte, die vielleicht ein kleines Kind hat, ein Vater, der sich informieren möchte. Der möchte wissen, was los ist. Er gibt Impfen ein und als zweiten Hit kriegt er ganz oben Impfen Nein Danke. Dass wir das im Jahr 2019 überhaupt noch erlauben, ist für mich ein Skandal. Also ich sage das mal so straight. Okay. Frau Bitt, es verbieten eine Lösung. Also soll man die Impfgegner zum Schwein bringen? Ich würde jetzt eigentlich erst gerne nochmal einkreisen, worüber wir da reden. Also wer sind diese Impfgegner und wie groß ist vor allen Dingen Ihre Zahl? Also in der medialen Debatte wird sie immer größer. Vielleicht können Sie uns da ein bisschen Einsicht geben. Ja, ich will erst nochmal was dazu sagen, was jetzt gerade gesagt wurde mit den Google Treffern. Wir haben eine Studie gemacht, die zeigt, wenn die Leute zwischen fünf und zehn Minuten auf diesen Seiten sind, dann wollen die hinterher weniger impfen und denken, Impfen ist gefährlich. Also diese Seiten haben einen sehr großen Einfluss und man sieht sie andauernd und auch wie viele finde ich eigentlich von diesen Seiten. Und es hat jetzt Jahre gedauert, bis die guten Seiten nach oben gekommen sind in den Trefferlisten. Also es ist sehr wichtig, dass man zum Beispiel auch Ärzten sagt, verlinkt doch die Seite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung von eurer Webseite zum Beispiel. Und das findet einfach nicht statt, weil Ärzte die nämlich zum Beispiel auch nicht kennen. Also unter zehn Prozent der Ärzte kennen diese Seite überhaupt und auch zehn Prozent nur der Zielgruppe. Also diese Art der Informationssuche, die wir nun, das macht halt jeder und das, was wir finden, ist sehr relevant und das macht was vor allem mit unseren Gefühlen. Wir lesen da Geschichten, die brennen sich uns ein, wir kriegen dadurch Angst und wir kriegen dadurch auch das Gefühl, dass diese Impfgegnerschaft da draußen, dass das ganz viele sind. Und das ist was, was auch in den Medien immer mal kolportiert wird. Als Herr Spahn seinen Gesetzesentwurf in der Bild-Zeitung vorgestellt hat, da war einer der Sätze, dass die Anzahl der Impfgegner immer größer wird. Und das ist schlicht nicht wahr an dieser Stelle, muss man das klar sagen. Die, man sieht das in den Umfragen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, dass die Zahl über die Jahre abgenommen hat, die Befürworter zugenommen hat. Und auch wenn man die Kinder anguckt, die Krankenkassen haben das gerade gemacht, die Barmer, auch die Techniker haben mal ihre versicherten Daten angeschaut und geguckt, wie viele Kinder sind denn gänzlich ungeimpft. Und das waren auch so zwischen zwei und fünf Prozent und das entspricht auch in etwa den Zahlen von der Bundeszentrale und da sind sicherlich noch einige Kinder dabei, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Also das heißt, die Zahl ist klein und sie wird kleiner und es ist ganz wichtig, dass wir da pingelig sind. Ja, ich sage auch gerne nachher noch. Das ist ein total wichtiger Aspekt, weil bei dieser Debatte, wie auch bei anderen Debatten, wir, ich nenne das in die mediale Falle, tapsen. Klassischerweise stellen Sie sich vor, Sie haben eine Talkshow, irgendetwas, dann sehen Sie die Moderatorin, den Herrn, der sagt Impfen, ja bitte und die Dame, die sagt Impfen, nein danke. Wir als Zuschauer haben das Gefühl, pari, pari. Und ich glaube, da müssen wir auch anfangen, diese Grammatik zu ändern und das erleben wir übrigens nicht nur und das ist ein zentraler Punkt vielleicht heute Abend. Wir erleben diese Skepsis ja nicht nur beim Impfen, wir erleben ganz ähnliche grundsätzliche Skepsis, ob das Klimawandel ist, ob das, was weiß ich, Handymasten sind. Also da könnten wir eine lange Liste machen und wir tapsen immer wieder in dieselbe Falle. Und ich habe da einen sehr konkreten Vorschlag. Es gibt einen wunderbaren Menschen in den USA, der heißt John Oliver. Der hat eine Sendung, die heißt Last Week Tonight. Wenn Sie sie nicht kennen, gucken Sie auf YouTube. Es ist vielleicht ein Gewinn heute Abend. Und der hat das einmal sehr konkret illustriert, indem er, da ging es um Klima, aber das müsste man genauso bei Impfen machen, gesagt hat, in der Mitte stand der Moderator und sagte so, zu meiner Linken habe ich den Impfgegner, zu meiner Rechten habe ich den Impfbefürworter. Und dann sagt der Moderator, ich muss jetzt noch etwas tun, ich muss das Ganze sozusagen in der Relevanz auch abbilden, damit Sie, verehrte Zuschauer, wissen, wieso die Stimmen sind. Und dann stehen plötzlich drei Impfgegner und 97 Impfbefürworter da, damit man einfach mal ein Gefühl hat, es ist nicht Pari-Pari. Und ich glaube, das ist das, wo wir in allen Debatten, ob das Impfgegner schaffen, ob das Klimagegner sind, ob das, wir könnten die Liste fortsetzen, fallen wir in diese mediale Falle und das muss sich ändern, weil die dokumentiert etwas oder verzerrt ein Bild, was mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat. Die gute Nachricht muss man ja eigentlich sagen ist, dass es einen Großteil, einen überwiegenden Großteil der Menschen gibt, die den Sinn und Zweck einer Impfung auch erkannt haben. Gut, aber trotzdem ist es ja inzwischen schon so, dass diese wenigen echten Impfgegner, die es gibt, es geschafft haben, Zweifel zu streuen. Also es gibt inzwischen sehr relativ viele Bücher, die informieren wollen über das Impfen, also die in einem Kleid daherkommen der Seriosität. Und das verunsichert natürlich viele Eltern doch irgendwo und da werden dann eben auch Veranstaltungen von, sagen wir mal jetzt, Impfkritikern, werden dann eben halt auch solche Zweifel genährt und gepflegt. Also was tut man dagegen, wie geht man damit um? Also es ist ja jetzt nicht mehr so ganz einfach aus der Welt zu kriegen. Ich glaube, es gibt... Mach du, mach du, komm. Frau Beetsch, bitte. Naja, also erstmal muss man sagen, der Buchmarkt zum Beispiel ist tatsächlich sehr verzerrt. Also man, wer macht solche Veranstaltungen? Wer ist vielleicht der öffentliche Gesundheitsdienst, der mal einen Informationsabend macht oder mal eine Klinik? Die Impfgegner, die verkaufen Tickets und verkaufen sozusagen einer Minderheit natürlich auch das Gefühl, sie sind nicht alleine. Und wir suchen ja immer nach Leuten, die uns in unserer Meinung bestärken und das spielt da sicherlich auch eine Rolle. Wie man jetzt damit umgehen soll, ich meine, in diesem John-Oliver-Film, in diesem herrlichen, sieht man dann auch, wie es weitergeht. Nämlich die drei Klimawandelleugner, die sagen alle dasselbe. Es ist ein kurzer Satz und sie sagen alle dasselbe. Und die 97 Wissenschaftler reden wild durcheinander, sagen ganz komplizierte Sachen und ganz viel verschiedene Dinge. Und das ist auch was, was wir uns für die Impfkommunikation angucken können. Also wie kommt eigentlich die Nachricht zu dem Empfänger? Wie kompliziert ist die? Und wie alleine kommt die dorthin? Und ich glaube, da gibt es noch sehr viel besser zu machen. Herr Scheible, wie können Sie sich das vorstellen, das ein bisschen einfacher zu gestalten? Sie sind ja Wissenschaftler, sind Ihre Botschaften zu kompliziert? Also Wissenschaftler tendieren ja dazu, Dinge ein bisschen komplizierter darzustellen. Macht es, weil man halt versucht, immer alles abzudecken. Man versucht abzuwägen. Das ist, glaube ich, das Typische, was ein Wissenschaftler macht. Deswegen wird man auch immer sagen, das ist der Nutzen. Und da gibt es noch diesen kleinen Prozentsatz, wo ein Schaden dabei ist. Und das ist oft der Schaden, der dann auch bei jetzt Gegnern aufgebauscht werden kann. Ich bin nur, um vielleicht das vielleicht noch zu sagen, ich glaube, wir reden hier von diesen zwei, drei Prozent wirklichen Impfgegnern. Ich glaube, wenn ich die Statistik angucke und ich glaube, da gibt es Untersuchungen von Ihnen, die zeigen, dass es über 50 Prozent finden eigentlich Impfungen wichtig in Deutschland. Und da gibt es so ein großer Prozentsatz, die sind unentschieden, die vergessen das halt auch mal, für die ist es nicht so wichtig und so weiter. Und ich glaube, da muss auch die Mediale und die Information ansetzen. Ich glaube, man muss, wir machen, glaube ich, den Fehler, immer von Impfgegnern zu sprechen. Und die stecken wir alle in einen Topf. Wenn man das mal versucht, ein bisschen zu differenzieren. Also gibt es sicherlich die Hardcore-Gegner, die aus unterschiedlichsten Gründen ganz prinzipiell das Impfen ablehnen. Also in den USA gab es, was weiß ich, religiöse Vereine, die einfach gesagt haben, nein. Dann gibt es aber durchaus Menschen, die eine gewisse Sorge haben. Also stellen wir uns das mal ganz konkret vor. Ja, da wird eine, da kommt ein Kind zur Welt, ja, die sind verletzlich, das erste Baby. Und jetzt, ja, soll dieses Baby gestochen werden. Das ist etwas, wo jeder normale Mensch sagt, nein. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Und das heißt, es gibt irgendwo da das Problem, wie kann ich Risiken evaluieren? Wie ist das Risiko, wenn eine Nadel, ja, in mein Kind, in mein unversehrtes Kind sticht? Und auf der anderen Seite, was ist der Benefit davon, ja, wo sehe ich die anderen? Das habe ich vorher angesprochen. Der dritte Aspekt ist, und da müssen wir auch, denke ich, in der Wissenschaft ein Stück Wahrhaftigkeit hineinbringen. Es ist nicht so, dass alles perfekt läuft. Ich meine, wir haben in diesem Sommer einen Riesenskandal in China gehabt, ja, mit gepanschten Impfstoffen, mit einer Vielzahl von, ja, Opfern. Inzwischen sind die chinesischen Behörden sehr aktiv geworden. Wir haben eine ähnliche Entwicklung gehabt in Indonesien, ja, wo aufgrund einer anderen Impfung, ja, die total in die Hose ging, Menschen gesagt haben, oh, Impfen, das ist gefährlich. Und verständlicherweise gesagt haben, okay, dann impfe ich auch nicht gegen die, ich sage mal, Standardkrankheiten. Wir erinnern uns, hier in Deutschland hatten wir den Fall, ich gehe einfach mal zehn Jahre zurück, 2009, 2010, wo die sogenannte Schweinegrippe hier war und eine große Impfaktion propagiert wurde gegen diese H1N1-Schweinegrippe. Und der Erfolg war eine absolute Katastrophe, weil die Beschaffung des Impfstoffs mangelhaft war. Das Austesten des Impfstoffs nicht stattgefunden hatte, also das muss man sich vorstellen, es gab Impfverstärker und man hat im Grunde genommen das nicht sauber getestet. In der Folge erkrankten zum Beispiel deutlich mehr junge Menschen an Narkolepsie, an der sogenannten Schlafkrankheit. Es gab Länder wie Norwegen oder wie Finnland, die daraufhin auch oder Schweden auch aktiv reagiert haben, gesagt haben, wir haben einen Fehler gemacht und jetzt kümmern wir uns darum. In Deutschland war das nicht der Fall. Also das ist schon sehr skurril, dass in diesem Land, wo schon die Impfstoffbeschaffung sehr unterschiedlich war, von Bundesland zu Bundesland am Ende, ja, wurde der Impfstoff sogar von der EMA, also der europäischen Impfbehörde, zurückgezogen. Da muss man auch mal ehrlich sein und sagen, ja, es passieren auch manchmal Pannen. Gut, also gerade so, wie Sie das eben geschildert haben, ist es ja zum Beispiel, hat der David Siebelking das gemacht. David Siebelking hat einen Film gedreht, eingeimpft heißt er, und er beschreibt sozusagen diese Situation eines jungen Paares, bekommt ein Baby und wie jedes Paar, das ein kleines Baby hat, denkt es erst mal irgendwie, oh Gott, das ist so verletzlich und fragil kann ich dem jetzt, diesem kleinen Körper, eine belastende Immunisierung zumuten. Und er beschreibt dann eine Recherche in diesem Film, bei der aber was ganz anderes rauskommt, als jetzt eine, sagen wir mal, neutrale Auseinandersetzung oder eine sachliche Auseinandersetzung mit dem Thema Impfen. Das ist jetzt natürlich, wie soll der normale Mensch denn unterscheiden zwischen seriöser Information? Also so ein Film kann ja auch zu einem, also der kann ja gut gemacht sein oder er kann eben halt so gemacht sein, also wo dann schlechte Beispiele belegen sollen, dass eigentlich doch es berechtigte Zweifel an Impfungen gibt. Also wie gehe ich als Laie, der ein kleines Baby hat, damit um, Frau Witt? Ja, es ist schwierig gerade, weil solche Filme natürlich auch Emotionen wecken und vielleicht genau die gleichen, die ich auch habe. Ich habe vielleicht sowieso schon Angst und dann fängt der Film das an, auch ein. Also generell bei Internetseiten oder Büchern würde ich immer gucken, was ist das Interesse dahinter, will mir was verkauft werden? Das sind immer, denke ich, ganz gute Hinweise. Aber ich denke auch, dass in Deutschland stärker aktiv informiert werden muss. Aber ich denke auch, dass zum Beispiel die Webseite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat auch noch keinen Mythencheck. Das finde ich zum Beispiel auch was, was da noch deutlich fehlt. Es gibt vom Robert-Koch-Institut und Paul-Ehrlich-Institut so die 20 typischen Fragen zum Impfen. Die sind sehr gut beantwortet, aber ich denke, da geht auf jeden Fall noch mehr. Also man hat halt auch immer so ein bisschen Angst zu sagen, wenn ich jetzt über die typischen Mythen schreibe, impfe ich die Leute dann mit diesen Mythen. Also sähe ich die Mythen aus und mache ich dadurch die Geschichte nur schlimmer. Also da gibt es auch immer mal wieder Befunde in der Forschung, die das zeigen. Und man ist sich sehr unsicher, wie man damit umgeht. Und das kommt, glaube ich, schon so ein bisschen auch daher, dass man eben Angst hat zu sagen, es ist eine Risikoabwägung. Aber so ganz verstehe ich auch nicht, warum das eigentlich nicht so stark kommuniziert wird. Vielleicht, weil man Angst hat, dass die Leute sich dagegen entscheiden. Aber in der Regel werden die Leute die Informationen auf dem Tisch haben und gut aufgeklärt werden und wissen, was passieren kann. Zumindest berichten viele Ärzte, tun sie es auch. Und gerade diese, wenn die Kinder in dieser wahnsinnig frischen Phase sind und man ja nur seiner Hebamme so richtig über den Weg traut mit diesem frischen Kind, da ist es wichtig, dass die erste Impferfahrung eine gute ist. Das haben wir in der Studie mit dem Robert-Koch-Institut gezeigt. Wir haben die Schwangeren länger verfolgt, also bis sie dann ihr Kind hatten und auch danach und uns die Entwicklung von der Impfeinstellung angeguckt. Und da haben wir gesehen, dass eben diese erste Erfahrung ganz wichtig ist. Während die Frauen noch schwanger waren, da fanden die Impfen alle gut oder es war ihnen irgendwie egal, aber sie hatten jetzt keine negative Einstellung dazu. Und wenn sie dann eine schlechte Erfahrung mit ihrem Kind gemacht haben, dann ging es abwärts und dann fangen sie an, kritisch zu werden. Dann kriegt das Kind vielleicht zum ersten Mal Fieber. Sie wussten nicht so richtig, was sie dann machen sollen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass die Ärzte da sehr in die Verantwortung genommen werden, gut ausgebildet werden, wie sie mit den Leuten reden. In Kanada zum Beispiel gibt es Projekte, die gehen in die Krankenhäuser und reden auf der Entbindungsstation mit den Frauen schon über das Impfen. Und zwar hier nicht mit nicht so, sondern sie machen, das heißt Motivational Interviewing. Das ist also eine ganz wertschätzende Gesprächsführung, wo man einfach darüber redet, was die Leute auch für Bedenken haben und die ernst nimmt und dann die Informationen teilt. Und das hat bombastische Erfolge. Die Impfmüdigkeit geht zurück. Die Leute impfen dann aus, weil sie selber sich sicher fühlen und es gut finden und nicht, weil es ihnen aufgepropft wird. Also ich glaube, da müssen wir in Deutschland auch sehr an dem System arbeiten, wie Ärzte mit den Patienten da über das Impfen reden und sie da auch besser ausstatten. Also wer tut das? Wer kümmert sich in Deutschland darum, dass die Ärzte das gut können? Wie ist denn das an den Universitäten? Kriegen die eigentlich die Ärzte eine Ausbildung im Impfen? Es gehört das sozusagen zum Programm. Herr Scheible, wissen Sie das? Also vielleicht möchte ich dazu sagen, ich bin kein Arzt, sondern Biologe. Aber vielleicht haben Sie ja schon solche Kurse auch schon mal gegeben. Genau, Entschuldigung. Aber meines Wissens gibt es für speziell das Impfen überhaupt keine wirkliche, oder es ist kein Teil der Ausbildung, der Ärzteausbildung. Okay, also es gibt also eine gewisse Nachlässigkeit, aber was ist denn jetzt zu tun? Weil, wie wir eben gehört haben, also an Stelle zwei, also wenn ich jetzt Informationen suche, kommt an Stelle zwei auf Google, kommt Impfen, Nein, Danke oder wie das hieß. Und dann, oder vielleicht als dritter Treffer lande ich dann bei einer, tatsächlich bei Ärzten, die, es gibt ja auch Arztgruppen, die das Impfen nicht ablehnen, aber eher kritisch sehen und sagen, es müsse individuelle Impfentscheidungen geben. Und das spricht mich dann irgendwie an, wie finde ich denn, also was muss passieren, damit ich als Mutter eines kleinen Babys den Weg finde, also jetzt nicht nur aus dem Krankenhaus heraus, also wo dann Motivierungsgespräche stattfinden, sondern auch einfach als Mensch, der zu Hause sitzt und denkt so, jetzt wären eigentlich Impfungen dran, das Kind ist ja schon ein Jahr alt, wie gehe ich damit um, also was muss passieren? Ach, einiges. Ich fange mal an bei der Kommunikation. Vieler dieser Fake News findet statt im Internet in sozialen Netzwerken und jetzt muss man einen Moment lang überlegen, warum sind die so erfolgreich? Und wenn man genau sich die Grammatik von sozialen Netzwerken anschaut, sind die im Gegensatz zu guten Journalisten nicht, ich sag mal, der Wahrheit verpflichtet, sondern die betreiben Erregungsbewirtschaftung. Das heißt, Meldungen, die besonders intensiv geklickt werden, werden automatisch nach oben gesetzt und genau dadurch kommt es zu einer informationellen Schieflage, weil einfach Dinge verzerrt werden. Aber sie werden verzerrt, weil der eine Fall dieses kleinen Mädchens, die nach einer Impfung das und das bekommen hat, wird einfach angeklickt. Das liegt in der Natur von uns allen und genau dadurch wird ein falsches oder schräges Bild geprägt. Der zweite Punkt, der ist schon ein bisschen angesprochen worden, ist Empathie mit Menschen, die berechtigte Fragen haben. Wir haben im Moment eine Situation, wo zwei Fronten verhärtet sind. Also da gibt es die einen, das sind die thronenden Akademiker, die alle genau wissen, was richtig und falsch ist und die sagen einfach, du musst impfen, Punkt. Und dann gibt es die andere Seite, die skeptisch ist, ist manchmal empathischer mit Menschen als die etablierte Wissenschaft. Ich finde, das kann nicht sein. Da müssen wir einen anderen Dialog führen. Und das dritte ist, ich glaube, dass Menschen in dem Moment, wo man ihnen Risiken wirklich nebeneinander setzt und ihnen das erläutert, sehr oft mitgehen. Also das ist eine Erfahrung, die ich in 30 Jahren im Journalismus gemacht habe, in verschiedenen Feldern. Und es war immer dieselbe Thematik. Also ich nehme mal bewusst ein anderes Beispiel, Elektrosmog. Da wurde ich dann angerufen und ein nettes Ehepaar sagte mir, wissen Sie, wir wollen gerade ein Haus kaufen und in der Nähe, 200 Meter weit weg, ist eine Hochspannungsleitung. Sollen wir das Haus jetzt kaufen oder nicht? Und ich habe nicht gesagt, ja oder nein, aber ich habe gesagt, wo ist das Haus? Okay, das Haus ist in einer beruhigten Straße. Wo wohnen Sie jetzt? Ja, jetzt wohnen wir an einer Straße, wo mehr Verkehr ist. Da habe ich gesagt, also Sie haben Kinder. Wenn ich mir das einfach mal überlege, das Risiko, dass das Kind überfahren wird, ist deutlich größer als das Risiko, dass durch Elektrosmog was passiert. Insofern, wir werden nie eine Welt haben ohne Risiko. Ein bisschen Restrisiko gibt es immer. Und in der Abwägung würde ich sagen, da würde ich zugreifen, wenn das Haus schön ist, vorausgesetzt. Und es war immer wieder erstaunlich, dass das ganz gut funktioniert. Also in dem Moment, wo Menschen glaubwürdig Risiken nebeneinander gesetzt werden, also wo man nicht das Narrativ hat, es gibt kein Risiko. Nein, es gibt auch beim Impfen ein Risiko. Das ist da und das muss man auch klar benennen. Aber wenn man es in Verhältnis setzt zu anderen Risiken, auch zu anderen Risiken des Alltags, dann nimmt man, glaube ich, eher die Leute mit. Also das ist zumindest meine Erfahrung, die gut funktioniert hat. Und der letzte Punkt ist, die Wissenschaft muss ein klares Narrativ in dem Punkt haben. Das ist vorher angedeutet worden, wenn wir uns auf Debatten einsetzen, wo zum Teil obskure Theorien kommen, weil wir reden ja nicht nur bei Impfgegnern von tatsächlich den sehr bedauerlichen Menschen, wo durch eine Impfung tatsächlich eine Schädigung passiert ist. Also die gibt es eben auch und das sind ganz traurige Geschichten, aber sie passieren nun mal leider. Aber es gibt ja daneben auch obskure Theorien, dass eine Impfung dazu führt, dass man Autismus oder andere Dinge bekommt, also wo es null wissenschaftliche Grundlage gibt. Da muss die Wissenschaft sich auch mal trauen zu sagen, pass auf, wir wollen auch kein Risiko oder ein minimales Risiko. Aber das eine ist Bullshit und das andere ist tatsächlich da, aber lass uns zusammen gucken, wie die Verhältnismäßigkeit ist. Das heißt, Wahrhaftigkeit, Empathie und was die Medien betrifft, müssen wir, finde ich, dieser Erregungsbewirtschaftung eins auf die Finger geben. Weil im Moment leben wir in einer Welt, wo, ob das Impfen ist, ob das Klimawandel ist, also wir lassen uns im Grunde genommen eine Sicht verpesten. Und zwar nicht, weil das bewusst geschieht, sondern weil es dahinter ökonomisch getriebene Business-Modelle gibt, die im Grunde genommen davon leben, dass möglichst viel geklickt wird. Und das ist, finde ich, für eine aufgeklärte Gesellschaft ziemlich absurd. Ich möchte nochmal auf den Punkt davor eingehen, nämlich auf die Wahrhaftigkeit, also dass man ehrlich kommuniziert auch über Risiken. Ist da die Angst zu groß, also die Angst zu groß, dem Gegner, dem vermeintlichen, also Recht zu geben auf eine gewisse Art und damit das Ganze noch weiter einreißen zu lassen? Also wenn ich jetzt als Wissenschaftler sage, ja, es gibt Risiken. Vielleicht sollte man in diesem Zusammenhang nochmal sagen, was möchte man denn eigentlich machen, wenn man impft? Man möchte eine möglichst gute Immunantwort auslösen, die hinterher den Krankheitserreger bekämpft. Das heißt, man möchte eigentlich was machen, was während der Infektion schon passiert, ohne das, ohne die Krankheit zu erzeugen. Das heißt, man kommt in der Regel nicht drumherum, auch eine kleine Entzündung auszulösen. Und das ist genau das, was Impfungen machen. Es gibt immer eine kleine Entzündungsreaktion, zumindest lokal an der Stelle, wo man den Impfstoff injiziert. Und das darf man nicht leugnen. Das ist einfach so, weil man den Körper ja dazu bringen möchte, eine gute Immunantwort zu machen, eine schützende Immunantwort zu machen. Und eben das Gegenteil zur Infektion, das Schlimme an der Infektion, die Krankheit, die möchte man eben dann nicht dabei haben. Okay, aber also klar, Impfreaktionen nennt man so etwas ja meistens. Aber es gibt natürlich, das wird ja auch beim Paul-Ehrlich-Institut angemeldet oder gemeldet, es gibt natürlich die Fälle von Impfschäden, bei denen man zwar nicht immer weiß, ob sie denn wirklich kausal zusammenhängen mit der Impfung. Aber also wenn man jetzt sagt, okay, es gibt Impfschäden, wir können sie gar nicht so genau beziffern, die Zahl ist wahrscheinlich klein, aber es gibt das. Und in Abwesenheit einer Krankheit, die wir derzeit nicht haben, kann es dennoch durch die Impfung, sehr unwahrscheinlich, aber dennoch zu einem Impfschaden kommen. Wie vermittelt man damit das Impfen? Das ist ja die Frage. Also Frau Bitsch, ich weiß nicht, das wäre ja sozusagen die ehrliche Darstellung oder ist die ehrliche Darstellung. Ja, also wir sind prinzipiell nicht so gut in der Verarbeitung von Risiken, insbesondere nicht von kleinen Risiken. Und es handelt sich hier immer um sehr, sehr kleine Risiken, sowohl der Erkrankung als auch natürlich noch viel kleiner der schwerwiegenden Schadensfälle. Und genau wie Sie sagen, gerade wenn ich einen gesunden Körper habe, vielleicht nicht nur meinen eigenen, sondern den meiner Kinder oder bei Haustieren übrigens auch, dann bin ich risikoaverse. Also dann gehe ich nicht so gerne in Risiko ein, sage ich lieber auf Nummer sicher. Und dann kommt es eben darauf an, was ich für Nummer sicher halte. Halte ich das Nichtimpfen dann für sicherer als die Impfung? Das ist ein Problem. Und ich glaube, das klang ja auch schon an, also die vergleichen die Risikokommunikation. Ich muss Bilder finden dafür. Es geht auch immer um Inhaltsstoffe, was da alles drin ist. Und wenn man also weiß, dass das, was in der Impfung ist, wenn ich eine Birne esse, habe ich mehr davon aufgenommen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, um was es genau ging, um welchen Stoff. Aber das sind so Bilder, die kann man ganz anders verarbeiten und damit muss viel stärker gearbeitet werden. Aber dann muss ich eben auch wollen, dass eine informierte Entscheidung getroffen wird. Also ich vorher genau diese Information auch bekomme. Das ist so mittelprächtig, würde ich mal sagen, in der Aufklärung im Moment vorhanden. Ja gut, jetzt wird ja eigentlich kurzer Prozess gemacht. Wir kriegen ja ein Gesetz, wir kriegen die Impfpflicht. Wie sehen Sie denn die Chancen, dass sich an der Aufklärungsarbeit überhaupt noch was ändert jetzt mit diesem Gesetz? Nimmt uns das nicht einfach die ganze Sache ab? Zack, Lösung. Ja, ich glaube, davon träumen ganz viele Leute. Die Bundeszentrale kriegt auch zwei Millionen mehr für die Aufklärung. Allerdings nur Sachmittel. Also man geht irgendwie davon aus, dass die Flyer, die Webseite, die jetzt halt quasi keiner kennt, dass die dann irgendwie weiter distribuiert wird. Das wird aber nicht reichen, weil durch diese Impfpflicht entstehen neue Fragen. Was ist denn dann mit den anderen Impfungen, die nicht verpflichtend sind? Und da zeigen sich, zeigt sich eben auch in Studien, dass die Leute dann diese freiwilligen Impfungen vielleicht nicht mehr so gerne wollen. Vor allem die Leute, die sich ärgern darüber, dass sie gezwungen werden an anderer Stelle. Das heißt, es gibt noch einen enormen Mehrbedarf an Aufklärung und es gibt im Moment noch niemanden, der damit hauptamtlich betreut ist. Und es gibt auch noch keine Mittel dafür. Man weiß nur, irgendwie Aufklärung ist wichtig, man will es mehr betreiben, aber es wird nicht mehr Leute geben als die Handvoll in der Bundeszentrale, die das eben jetzt schon tun. Und es gibt nur mehr Sachmittel. Also ich glaube, dass da es nicht notwendigerweise besser wird durch diesen Gesetzesentwurf. Ich finde, das Risiko ist durchaus gegeben, dass sich eine Situation verschlechtert. Denn in dem Moment, man muss sich das vorstellen, was heißt Impfpflicht? Das bedeutet, dass wir demnächst Fälle haben, wo Mütter und Väter sagen, nicht mein Kind und wo der Staat sagt doch. Und das wird ein David-gegen-Goliath-Kampf, der medial sehr schnell sich zugunsten der armen Mutter, die sich gegen den großen Staat wehrt, entschieden wird. Wenn die Kommunikation dahinter nicht funktioniert. Es gibt andere Länder, da gibt es die klare Impfpflicht. Wenn du die Kinder in die Schule bringst, müssen sie geimpft sein, sonst kommen sie nicht dahin. Aber entscheidend ist, den kommunikativen Aspekt sehr klar zu machen, damit auch jedem, jedem Skeptiker klar ist, warum brauchen wir diese Impfpflicht? Warum ist es wichtig, dass eben nicht 70 Prozent der Menschen geimpft sind, sondern eben annähernd 100 Prozent? Und da fehlt, glaube ich, ganz viel und ich warne nur davor, wenn das wiederum derselbe Fehler gemacht wird, der in der Vergangenheit ein bisschen von der Medizin gemacht wurde, nämlich dass Kraft der Autorität dekretiert wurde, es muss geimpft werden und du hast dich dem zu fügen, dann könnte der Schuss nach hinten losgehen. Also ich finde, ich bin sehr für eine Impfpflicht, weil sie letztlich der Benefit ist und in heutigen Zeiten muss man das vielleicht in Erinnerung rufen, dass das wichtig ist, aber das geht nicht kalt. Das muss sehr gut vorbereitet auch kommuniziert werden und im Moment sehe ich zu wenig Hinweise dafür. Genauso wie wir in der Umkehrung in Deutschland, wenn wir an zum Beispiel die Art und Weise, wie wir, wenn es Probleme gibt, sowas handeln, da sind wir nicht gut. Also ich greife nochmal das Beispiel der Schweinegrippe-Impfung auf, wo man kulturell unglaubliche Unterschiede sah zwischen einem Staat wie Schweden und Deutschland. In Schweden gab es ein Gesundheitssystem, die einfach gesagt haben, hey Freunde, wir haben hier offenbar einen Fehler gemacht und die sind proaktiv in Schulen gegangen, die haben versucht, Kinder zu identifizieren, weil die Impfquote gerade bei Kindern in Schweden extrem hoch war oder in Finnland. In Deutschland hat man das unter den Tisch gekehrt. Man wollte davon nichts wissen. Man wollte gar nicht wirklich sagen, hey, da gibt es ein echtes Problem. Und ich finde, das gehört auch zur Impfpflicht, nämlich ein Stück Wahrhaftigkeit bis runter. Ich finde, ein Register mit Impfschäden, wo man einfach mal quantitativ weiß, okay, wo stehen wir? Ich meine, das ist ein Riesenproblem, was wir in Deutschland auch mit anderen Krankheiten haben. Die USA haben das Center of Disease Control. Die sehen auch, wenn da Auffälligkeiten stattfinden. Hier in Deutschland spielen wir blinde Kuh, noch heute. Okay, nun können wir natürlich nicht das wegen der Masern-Impfung und der Impfpflicht nicht das ganze Gesundheitssystem umgehen. Nein, aber einiges wäre schon längst fällig. Also wir könnten das vielleicht zum Anlass nehmen, auch da mal Dinge zu ändern. Okay, aber so wie wir das jetzt verstanden haben, der Aufwand, wenn wir jetzt eine Impfpflicht bekommen in Deutschland, absehbar, dann wird der Aufwand, der Aufklärungsaufwand noch größer oder wie sieht das aus? Also welche Impfungen sind denn da jetzt auch gefährdet? Wir haben jetzt die ganze Zeit über die Masern gesprochen. Da gibt es eben halt jetzt noch andere Impfungen. Welche wären da besonders wichtig? Naja, wenn wir uns das mal ganz konkret vorstellen. Ich gehe mit meinem Kind zum Kinderarzt und es ist klar, die Masern-Impfung ist verpflichtend. Masern-Impfstoff, nur Masern-Impfstoff gibt es in Deutschland gar nicht, sondern der ist immer verpackt mit Mums und Röteln noch dazu, was ja auch gut ist. Denn zum Beispiel die Röteln, die sollen auch ausgerottet werden, machen auch ganz schreckliche Schäden bei ungeborenen Kindern zum Beispiel, wenn Schwangere das bekommen. Das ist also auch eine ganz wichtige Impfung. Und wenn ich jetzt also da gesagt kriege, Masern müssen sie, das andere ist freiwillig, dann ist es schon in dieser Masern-Mums- und Röteln-Impfung schwierig, glaube ich, den Eltern zu vermitteln, dass das andere auch wichtig ist. Es kommt schon der Ruf auf, wir brauchen einen monovalenten Impfstoff, also wo nur Masern drin ist. Dann hat aber zum Beispiel auch die ständige Impfkommission die Bedenken, dass dann eben die Impfquote bei den anderen zurückgehen könnte. Und es gibt ja noch einen Haufen anderer Impfungen, die Sechsfach-Impfungen, gegen auch ganz relevante Dinge und, und, und. Also in Deutschland wird ja, glaube ich, gegen 13 oder 14 verschiedene Krankheiten geimpft. Alle, die sind letztendlich gefährdet, weil die bleiben freiwillig. Und die Ärzte werden also erklären müssen, warum ist es jetzt wichtig, auch gegen, was weiß ich, Hepatitis zu impfen. Wenn das doch freiwillig ist, dadurch mache ich natürlich auch eine Aussage als Land. Das ist besonders wichtig. Klar, es hat epidemiologische Gründe, es ist wahnsinnig ansteckend, diese Krankheit ist schwerwiegend und so weiter, aber es gibt auch andere Krankheiten, die sehr ansteckend und gefährlich sind. Ja, aber auch Influenza zum Beispiel, da sterben jedes Jahr tausende Menschen dran. Oder auch HPV, über das wir schon gesprochen haben. Da gibt es auch hier in Deutschland noch sehr viel Luft nach oben. Und all diese Impfungen kann ich dann freiwillig nehmen oder nicht nehmen. Und wenn ich jemand bin, der sehr kritisch Impfen gegenübersteht, haben wir in Studien auch zeigen können, dann habe ich es jetzt hier meine Pflicht getan. Dann mache ich da, wo ich freiwillig entscheiden kann. Vielleicht gehe ich dann einen anderen Weg und lasse die eine oder andere dann eben aus. Und das, da sehe ich fürs gesamte Impfprogramm, was ja dies, so wie es jetzt ist, relativ gut funktioniert. Nicht optimal an vielen Stellen, aber doch recht gut, sehe ich doch eine Gefahr. Gut, aber warum macht man das denn nicht wie in Frankreich? Ich habe gerade gehört, Ranga Jurgisch war es für die Impfpflicht, für eine Impfpflicht. Kann man dann nicht gleich alle wichtigen Impfungen verpflichtend machen? Ich finde schon das Wort, ich meine, wir reden zwar von einer Pflicht, aber es tut mir leid, ich erinnere mich immer an meine Kindheit und ich sage eine Impfchance. Also, weil wir einfach das Glück haben, dass wir heute mit Hilfe einer doch sehr ausgereiften Wissenschaft den meisten Menschen wirklich helfen können. Das müssen wir auch mal stärker betonen. Also, ich finde, wir reden immer über die Risiken, wir reden nicht darüber, wie wirksam überhaupt eine Impfung ist. Und ich bin völlig dabei, wenn wir anfangen zu differenzieren und sagen, okay, jetzt gibt es nur noch die Masern und die anderen nicht. Wissen Sie, wenn Sie zum Arzt gehen, dann gibt es die Igelleistungen. Ja, also, was wirkt und was kann man noch on top, nice to have. Und das ist fatal. So, man muss klar machen, wir leben in einer Welt, bei der wir das schaffen. Und ich glaube, wenn Menschen spüren, dass das Anliegen dabei ist, dass es den Menschen besser gehen soll. Also, das ist was sehr Emotionales, wenn ich einen Menschen da habe und der Arzt einfach klar macht, es geht nicht um eine autoritäre Diskussion. Es geht darum, ich möchte alles dafür tun, dass es dir wirklich maximal gut geht oder deinem Kind. Das versteht jede Mama, jeder Papa, jeder Mensch. Und diese Haltung ist da. Aber wenn wir jetzt kommen mit einem Pflichtheft an der Stelle und das so kommunizieren, das ist für mich der Schuss nach hinten. Weil dann passiert genau das Gegenteil, dann wird es erbitterte Kämpfe geben und vergessen wir nicht, wir leben ohnehin in einer Zeit, in der der Common Sense, das, was an vielen Stellen als die amerikanische Verfassung hat, die hat von den Wahrheiten gesprochen, die es einfach so gibt, Ja, that all men are equal. Wir leben heute in einer Zeit, wo genau das zerfällt. Wo in ähnlicher Weise Leute sagen, Klimawandel weiß ich nicht oder weiß ich nicht, CO2-Ursache weiß ich nicht, Strahlen scheint doch was dran zu sein und so weiter. Das heißt, wir leben in einer Zeit, wo der Konsens der Wissenschaft nicht mehr von der breiten Bevölkerung in der Form getragen wird, wie vielleicht noch vor 40 Jahren. Und umso wichtiger ist Kommunikation. Inwieweit gibt es vielleicht dann auch eine politische Verantwortung? Also Wissenschaft, es gibt ja wissenschaftliche Beratungen der Politik auf vielen Ebenen. Wir haben eben Klimawandel, das Thema Klimawandel gehört, also die Nationale Akademie der Wissenschaften hat jetzt gerade das Klimapaket der Bundesregierung kritisiert, was wahrscheinlich, also man weiß es noch nicht, aber es ist nicht zu erwarten, dass dabei große Effekte herumkommen. Also ist der Einfluss der Wissenschaft auf die Politik da auch zu gering? Ich glaube, wenn ich das sagen darf, die Strategie. Frau Betsch. Ja. Frau Betsch. Ich sage nur, manchmal kann man von anderen lernen. Wenn man das Klimathema nimmt, kann man lernen, warum. Es gab eine große Untersuchung unter anderem von Oxford und die haben ein wunderbares Handbuch, was sie sich runterladen können. The Climate Consensus, also Klima Konsens und haben sehr konkret gesagt, okay, was muss man im Dialog wie ändern, damit genau nicht das passiert, was wir alle seit Jahren und Jahrzehnten erleben. Nämlich, dass es immer wieder diese Zweifler gibt. Das sind ja alles Diskussionen, die eigentlich ähnliche Symptome haben. Also vor zehn Jahren hätten wir auch über Impfgegner reden können und wir müssen ja an irgendeiner Stelle uns die Frage stellen, warum sind wir nicht erfolgreich in einem Ansatz, um weiterzukommen. Und dort hat man das wirklich mal systematisch untersucht und hat festgestellt, dass es eben darum geht, wegzukommen von dieser, der eine sagt das, der andere sagt das. Also das haben wir ja bei den Talkshows symbolisch durchexerziert und dass es darum geht, dass die Wissenschaft ein klares Narrativ hat, wo sie wirklich sagt, das und das hilft und das ist ein Faktum. Also beim Klimawandel geht es darum, klar zu sagen, und das ist die Zahl, die Sie auch heute Abend mitnehmen sollten, 97 Prozent aller wissenschaftlichen Studien, die weltweit gemacht wurden, sagen, dass der Klimawandel auch von Mensch, also der Mensch aktiv am Klimawandel beteiligt ist. 97 Prozent aller Studien, und das muss man mantra-mäßig wiederholen, damit man nicht den Fehler macht und in obskure Theorien hinein rutscht, sondern einfach sagt, ja, ich vertraue der Wissenschaft, sie hat kein Interesse, uns alle über den Tisch zu ziehen. Und 97 Prozent aller Klimastudien sagen, der Klimawandel hat mit uns Menschen zu tun. So, ein ähnliches Narrativ, glaube ich, brauchen wir beim Thema Impfen. Eine klare Linie, die auch klar wiederholt wird, gepaart mit einer Empathie gegenüber genau den Menschen, die vielleicht Zweifel haben. Und ich finde, dann kommen wir vielleicht ein Stück weiter. Man müsste sogar hier mal fragen, ich meine, hier gab es ja einige, die gesagt haben, ich bin Impfkritiker. Ich weiß nicht, ob die schon gegangen sind, wie die das sind. Ja, ich finde es zuerst einmal mutig, dass die überhaupt sagen, die kommen zu Leibniz und sagen, ja, ich bin Impfkritiker. Ich glaube, einer ist gegangen. Gibt es noch welche, die da sind? Ja, die Dame da vorne im Publikum, vielleicht stellt ihr ja gleich eine Frage. Kann ich da noch eine Sache hinzufügen? Ich glaube, es ist noch ganz wichtig, welche Wissenschaft fragen wir eigentlich? Weil wenn wir jetzt die Medizin fragen, die sagt, klar, Impfen ist gut und dann kommt das in der Politik an und die sagt, na gut, dann machen wir es doch für alle verpflichtend, ist doch prima. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass wir eben auch auf sozial- und verhaltenswissenschaftliche Forschung auch gucken, weil die uns was darüber sagen kann, wie der Mensch denkt, wie wir uns verhalten in unserer Umgebung, wie wir auch vis-à-vis von Policies, von Gesetzen uns verhalten. Und ich glaube, das ist noch zu wenig beachtet, wenn Sie nach der Rolle von Wissenschaft in der Politik fragen. Es gab so eine Bewegung, Obama hat das in seine Regierung integriert. Es gibt es in UK, wir haben hier auch eine Einheit in Deutschland, die sich damit beschäftigen. Aber das ist, glaube ich, noch sehr am Anfang. Die Studien, die diese Unit durchgeführt hat, werden im Gesetzentwurf auch zitiert. Ich glaube, da muss noch stärker das eine Rolle spielen, dass man sich fragt, es reicht nicht, Impfungen da hinzustellen, die gut zu machen. Man muss den Berg eben zum Propheten bringen. Und da braucht es noch mehr Bewusstsein dafür, dass man da noch mehr tun kann. Es reicht nicht, wenn die Politik sich da hinstellt und sagt, du Bürger, du willst nicht, jetzt zwingen wir dich, sondern man muss auch das System angucken, in dem der Bürger sich eben befindet. Ist es möglich, einfach einen Arzttermin zu kriegen? Weiß ich, wenn ich meinen Impfpass aufmache, wann ich die nächste Impfung kriege? Wer erinnert mich da eigentlich dran? Nur 40 Prozent der Ärzte haben Erinnerungssysteme. Das ist im Moment eine freiwillige Leistung netter Ärzte und das wird nicht bezahlt. Und all solche Sachen, die müssen sich verbessern, also auch so systemische Dinge, damit der Bürger, damit das Verhalten am Ende einfach wird, was man eigentlich sehen möchte. Und ich glaube, da fehlt noch so ein bisschen das Bewusstsein, dass es eben da auch viel Forschung gibt, die man mit einbeziehen kann, um eben diese Gesetze besser zu machen. Vielleicht, um das noch zu ergänzen, Sie hatten ja gesagt, wie ist der Einfluss der Wissenschaft auf die Politik? Vielleicht muss man dazu sagen, zum Beispiel die Leopoldina, also die Deutsche Akademie für Wissenschaften, hat ein Diskussionspapier jetzt diesen Sommer herausgegeben zur Impfung, auch im Hinblick auf diesen möglichen Impfgesetz. Und da stehen ganz konkrete Möglichkeiten drin, die, glaube ich, in der Vergangenheit nicht ausgeschöpft wurden, um diese Impfmüdigkeit zu bekämpfen. Es wurde gerade erwähnt, eben dieses Erinnerungssystem von den Ärzten, Gesundheitsämter, die einfach mal große Impfkampagnen machen, in die Schulen zu gehen. Wirklich publicity-wirksame Möglichkeiten, das Impfen den Menschen wieder näher zu bringen. Und ich glaube, es gibt ein ähnliches Papier von der Ethikkommission, wo auch solche Vorschläge gemacht werden, die möglicherweise, bevor man diese Impfpflicht einführen würde, zuerst mal ausgeschöpft werden hätten können. Und dann mal gucken, was passiert denn da. Ja, nun, viele Vorschläge, die Impfpflicht wird trotzdem kommen, sehr wahrscheinlich. Und mal sehen, ob wir in einem oder zwei Jahren wieder hier sitzen in dieser Runde und dann über Ergebnisse reden können. Jetzt sollen Sie als Publikum noch die Gelegenheit haben, in den nächsten 25 Minuten Fragen zu stellen. Ich hoffe, Sie melden sich zahlreich, sonst diskutieren wir einfach noch weiter. Aber die Dame in der ersten Reihe. Haben wir ein Mikro? Ja, bitte. Ja, ich fände es gut, den Brotkorb der Informationen wirklich niedriger zu halten. Ich habe die Erfahrung gemacht, in unserem System, in unserem Gesundheitssystem, muss man schon halber Experte sein, um überhaupt Fragen stellen zu können. Und ich als normaler Bürger muss mich für jedes Thema, in das ich so reinrutsche, erst mal grundsätzlich sachkundig machen. Und wenn ich dann bei Google gucke und diese Bücher sehe, dann glaube ich natürlich erst mal das, was da steht. Und das, was Sie sagten, mit Empathie Fragen zu beantworten, finde ich eigentlich nirgendwo. Also da muss wirklich sehr groß dran gearbeitet werden. Und das sollte möglichst früh beginnen, vielleicht in den Schulen, in den Kindergärten, wo junge Eltern sind. Danke. Haben Sie noch Fragen? Hier hinten, dort. Der Herr, dort. Wer ist jetzt dran? Nee, sprechen Sie einfach. Jeder soll noch drankommen. Wir haben ja noch Zeit. Also kein... Ich wollte nur mal eine Bemerkung zu Herrn Jogeshwar machen, vor der konsensuale Wissenschaftswahrheitsfindung. Ich denke, wir sollten uns von dem Delphi-Prinzip in der Wissenschaft verabschieden. Die Wissenschaftsgeschichte ist voll von konsensualen Irrtümern. Angefangen bei den achtbeinigen Fliegen von Aristoteles. Es ist nicht unsere Aufgabe, Fragen zu beantworten, sondern unsere Aufgabe, Fragen zu stellen als Wissenschaftler. Ich glaube, die Situation ist ein bisschen komplizierter, als dass man sagen kann, da ist die Wissenschaft, die gibt uns die Antwort und sagt uns, was wahr und richtig ist. Das ist nicht unsere Aufgabe. Und Skeptizismus gehört meines Erachtens zu einer der Grundeigenschaften von erfolgreichen Wissenschaftlern in jeder Hinsicht. Also das alles, was wir sozusagen hier diskutieren, vielleicht ein bisschen komplizierter ist, als dass sich einfach 100 Wissenschaftler hinstellen und 97 sagen, dass es war. Und dann habe ich noch eine zweite Frage. Das ist eine Frage, die würde ich gerne wissen, was das Illustri-Gremium zu der Tatsache zu sagen hat, dass es in Deutschland ja vielleicht bald eine Impfpflicht gibt. Aber es gibt auch Impfverbote, vielleicht für Nutztiere zum Beispiel. Und wie Sie das ethisch sehen, dass bestimmte Impfverfahren einfach nicht eingesetzt werden, weil es ökonomisch nicht sinnvoll ist. Zu dem ersten Block, also als Wissenschaftler stimme ich Ihnen natürlich zu. Aber wir reden hier nicht unter Wissenschaftlern. Ich glaube, da wäre die Debatte total einfach. Wir reden hier davon, dass die Erkenntnisse der Wissenschaft kommuniziert werden an eine breite Bevölkerung, die zugegebenermaßen nicht wissenschaftlich geschult ist. Und in dem Moment ist es, glaube ich, auch unsere Pflicht als Wissenschaftler, Erkenntnisse zu destillieren und klar zu kommunizieren. Denn wir können natürlich, weil das haben wir auch erlebt, all diese Debatten rennen sich wieder rum, dann haben Sie Talkshows, da sitzen zwei Fachleute, die sind nicht einig. Aber überlegen Sie mal, was ist der Effekt für den Laien? Der steht irgendwann da, der größte Teil der Laien, und die sagen irgendwann, ja, was soll ich jetzt tun? Menschen brauchen manchmal eine konkrete Handlungsanweisung. Und da bin ich schon sehr klar, dass es auch die Aufgabe der Wissenschaft ist, an der Stelle für Klarheit zu sorgen. Was nicht heißt, sie soll sich negieren, was nicht heißt, sie soll nicht skeptisch sein, das gehört dazu. Aber wir reden hier von dem Kommunikationsprozess der Wissenschaft zum Rest. Unterwissenschaftlern, glaube ich, können wir wunderbar streiten. Das ist auch okay. Sehr gut, Herr Kleiner. Der Herr dort. Ach so, Entschuldigung. Wir müssen erst noch die zweite Frage beantworten. Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier auf dem Podium so die Experten dafür haben. Ich weiß nicht, ob sich jemand mit Tierimpfungen und ihrem Verbot auskennen. Ich kann kurz ein Beispiel nennen. Rinderherpes. Es gibt eine Impfung gegen Rinderherpes, die ist aber verboten, weil man dann, oder es gibt auch andere Impfungen, weil man dann die Ungeimpften von den Erkrankten, also die Geimpften von den Erkrankten Tieren nicht mehr unterscheiden kann. Und deswegen werden in der Tiermast Impfungen verboten. Also ich weiß nicht, ob dazu jemand etwas sagen kann. Und es gibt manche Erkrankungen, die tatsächlich die geimpften Tiere immer noch Überträger sein können. Das ist einer der anderen Begründungen. Aber in der Tat habe ich mich das auch schon ein paar Mal gefragt, warum das nicht eher mal möglich ist, dass man auch mal alle Schweine, zum Beispiel in Deutschland, einfach impft. Das Problem ist einfach, diese Tiere haben nicht diese Lebenserwartung. Und anscheinend scheint es ökonomisch immer noch billiger zu sein, sie alle zu keulen. Und wenn tatsächlich mal so eine Krankheit auftritt. Aber in der Tat, die Frage habe ich mir selbst schon gestellt. Wir können sie nur leider nicht abschließend beantworten. Also das Warum können wir nicht beantworten. Hier geht es halt um Menschenimpfung, die Impfung bei Menschen. Der Herr mit dem Würfel vorne in der ersten Reihe, bitte. Ja, mein Name ist Wolfgang Kersten. Und auch wenn eben zufällig die Blicke nach bei der Frage, ob hier noch Impfgegner da sind, hier in so meine Richtung flogen. Also ich bin ein Befürworter des Impfens. Und als Naturwissenschaftler... Hinter ihm. Die saßen, zumindest saßen zwei Kinder, die die Hand gehoben haben. Also ich bin da schon sehr von überzeugt, auch aus egoistischen Gründen. Aber ich möchte noch mal eine Frage hier ansprechen, vielleicht an die Psychologin auch. Wir sprechen ja davon, wie können wir oder Sie, die da noch mehr im Fokus stehen, sozusagen Bevölkerung überzeugen. Und Herr Jogeschwar hat ja auch schon wie ein Politiker fast hier gesprochen, was ich auch durchaus sinnvoll finde, wenn man mit einer breiten Bevölkerung in den Dialog treten möchte. Aber weshalb Sie hier miteinander diskutieren und wir interessiert zuhören, hat doch eigentlich nur einen Grund. Und das ist doch die Frage der epidemiologischen Sichtweise. Nicht, ob der Einzelne etwas davon hat. Deswegen ist auch die Frage nach dem Gebärmutterhalskrebs noch eine etwas andere. Sondern es geht ja um die Gefahr der Ansteckung. Es ist also eine Frage der Epidemiologie. Und deswegen geben Sie sich so viel Mühe, hier überzeugend zu wirken. Ist unsere Gesellschaft empfänglich? Und das wäre jetzt meine Frage. Konkret ist unsere Gesellschaft empfänglich, vielleicht könnte man auch sagen, noch empfänglich für Appelle an die Gemeinschaft. Oder ist sowas nur in einer Staatsform wie vielleicht dem Sozialismus oder Ähnliches angebracht? Denn wir sind ja sehr aufs Individuum gerichtet. Sonst würde ich das vorschlagen, dass man das vielleicht auch noch mehr ein Spiel bringt und sagt, denk an die Gemeinschaft, wenn du nicht nur an dich selbst dabei denken möchtest. Ja, vielen Dank. Das ist ganz toll, dass Sie diesen wirklich wichtigen Punkt noch aufbringen. Weil das ist sehr wichtig. Mit Impfen schützen wir nicht nur uns selbst, sondern eben auch andere, mit den meisten Impfungen zumindest. Das heißt, Impfen ist auch ein soziales Verhalten. Und wir haben uns genau diese Frage auch gestellt. Was macht das eigentlich mit den Leuten? Ist das ein Punkt, der den Leuten wichtig ist? Weil es hat ja immer so ein bisschen zwei Seiten, diese Medaille. Wenn ich weiß, andere schützen mich mit, kann ich sagen, super, mache ich mit. Oder ich kann sagen, schön, wenn Sie alle geimpft sind, dann kann ich Trittbrettfahrer sein. Ich kann der eine sein. Ich muss nicht zum Arzt. Ich habe keine Nebenwirkungen. Sie schützen mich alle mit. Vielen Dank. Und diese Frage haben wir uns auch gestellt und haben da Experimente gemacht, in denen wir das kommuniziert haben, diesen Gemeinschaftsschutzgedanken oder nicht kommuniziert haben und haben das hier gemacht, in westlichen Ländern und in asiatischen Ländern, die genau diesen kollektivistischen Hintergrund haben, den Sie auch gerade angesprochen haben und haben das verglichen, ob diese Kommunikation in den Ländern unterschiedlich wirkt. Und was wir gesehen haben, ist, dass in unserer westlichen Gesellschaft, die wir eher individualistisch sind, tatsächlich dieser Gedanke ein wichtiger ist. Wenn die Leute das wissen, sind sie bereiter, sich impfen zu lassen. Also wenn es die Leute wissen, sie können andere mitschützen, dann ist ihnen das auch wichtiger und dann ist es ein zusätzlicher Punkt. Es ist sozusagen die Kirsche obendrauf. Das kann nicht der einzige Grund sein, aber es ist ein zusätzlicher wichtiger Punkt. In den asiatischen Ländern, die wir untersucht haben, da hat es keinen Unterschied gemacht. Da war insgesamt die Impfbereitschaft höher und in anderen Studien haben wir auch gesehen, dass die Impfen schon eher als eine soziale Handlung wahrnehmen und dann es auch eher tun. Also dieser Punkt ist in der Aufklärung sehr, sehr wichtig. Und das ist auch eine Debatte, die ich mir auf den Spielplätzen wünsche, über die soziale Verantwortung. Also bin ich die eine, die ein ungeimpftes Kind in den Kindergarten schickt und das steckt alle an oder bringt zumindest diese Gefahr in diesen oder trägt jeder dazu bei. Also das ist ein sehr wichtiger Punkt. Auch, dass wir uns darüber sehen, also Impfen ist sozusagen ein sozialer Kontrakt, den wir eingehen. Also wenn ich es mache, will ich sicher sein, dass sie es auch tun. Und deswegen, das habe ich vorhin schon angedeutet, ist es auch ganz wichtig, dass wir da ein bisschen pingelig sind, wie viele Impfgegner es eigentlich gibt und ob die immer mehr werden. Das ist nämlich nicht so. Und das ist wichtig dafür, dass wir uns alle an den sozialen Kontrakt halten. Weil wenn wir nämlich das Gefühl haben, immer mehr Leute gehen da raus aus dem Vertrag. Da will ich ja auch nicht die Dumme sein, die noch beiträgt. Und das finden wir auch in Experimenten, in Studien, dass Leute da sehr picky sind. Wenn sie selber was beitragen, dann wollen sie auch, dass die anderen dazu beitragen. Also deswegen ist es wichtig zu sagen, wir haben viele Leute, die impfen und mit ihrer Impfung schützen sie auch andere. Und das finde ich ist eigentlich der schönste Grund zu impfen. Ich kann das nur unterstützen. Wir haben es sogar versucht zu visualisieren mit Mäusefallen und so weiter. Aber da greife ich mal direkt wieder etwas auf, was die Wissenschaft ändern kann. Dieser Schutz ist viele Jahre lang als der sogenannte Herdenschutz bezeichnet worden. Heute nutzen wir das Wort Gemeinschaftsschutz. Das ist ein kleines Wort, was schon mal klar macht, okay, es geht nicht um Herde, es geht, ja, das steht noch so in den alten Büchern drin. Es ist Gemeinschaftsschutz. Und ich möchte sogar, verzeihen Sie mir, das Rad sogar noch weiter drehen. Wenn wir, wir diskutieren heute den ganzen Abend darüber, über die Impfskepsis hierzulande. Wenn wir einen Moment lang darüber nachdenken, dass wir auf einem Planeten leben, wo es unzählige Menschen gibt, bei denen elementare Impfungen, die bei uns selbstverständlich sind, nicht zur Verfügung stehen, finde ich, der Gemeinschaftsschutz müsste weitergehen, müsste fairerweise auch in anderen Ländern aktiver werden. Und das gilt für verschiedene Sachen. Ich meine, wir haben das, ein schönes Beispiel war die Ebola-Epidemie, wo man einfach merkte, wie nachlässig man eigentlich war. Und man wachte da auf, wo plötzlich die Krankheit drohte, zu uns zu kommen. Und ich finde, an der Stelle muss es auch, finde ich, ein Stück Empathie geben, nicht nur gegenüber Impfskeptikern, sondern gegenüber den vielen Menschen, die einfach nicht die Chance haben. Und ich wünsche mir, dass so ein Spirit aufkommt, wie nach dem Sork-Vaccine, wo es eine große Kampagne gab, und wo man weltweit gesagt hat, wir wollen Polio loswerden, wir wollen die Pocken bekämpfen. Das war auch, finde ich, ein sehr schönes, weltumfassendes Projekt. Und ich finde, wir sollten vielleicht auch mal wieder ein bisschen dahin kommen. Denn sonst sind wir irgendwann absurderweise die in der Zentralheizungsgesellschaft, die über die kleinen Probleme reden. Und es gibt Kinder, die sterben, weil sie schlichtweg nicht geimpft wurden, weil das Geld vielleicht fehlt. Ganz kurz noch die Frage, ist es denn, also muss man dabei nicht auch, Nachfrage noch dazu, muss man nicht auch daran denken, dass Kinder, die hier nicht geimpft werden und möglicherweise, vielleicht völlig ohne Folgen an Masern erkranken, diese Krankheit auch woanders mit hinnehmen können, meinetwegen in Familienurlaub und in Ländern, wo die Kinder nicht so durchgeimpft sind, auch eine Epidemie auslösen können. Also das kennt man, das ist in der Tat 2016 passiert, da ist aus einem Ausbruch in Hamburg, ein Masernausbruch in diesem Fall in Hamburg, ist nach Bulgarien geschleppt worden, hat dort 24.000 Leute infiziert, im Endeffekt, 24 Todesfälle, da sieht man auch, was ist die Todesrate, 1 in 1000, ausgelöst und auf die Art und Weise sieht man das ganz schön, es gibt ein Beispiel 2018, über einen Schüleraustausch, da sind die Masern nach Guatemala getragen worden, Guatemala galt als masernfrei, in diesem Fall ist es natürlich in der Statistik plötzlich hochgerutscht und galt nicht mehr als masernfrei. Also das findet tatsächlich statt. Ich finde aber vielleicht noch einen Aspekt zu dieser Gemeinschaft, zu diesem Gemeinschaftsschutz, wir reden jetzt sehr viel über Masern heute Abend, als 2000 die Pneumokokken-Impfung für Kleinkinder eingeführt wurde, hat man überall in den Ländern, wo die eingeführt wurde, gesehen, dass plötzlich auch die Lungenentzündung, die durch Pneumokokken erzeugt wird, bei alten Leuten runtergegangen ist, weil die Kinder eine Infektionsquelle darstellen für die alten Leute, für die Großmütter und Großväter und daran sieht man, was für eine Interaktion stattfinden kann zwischen diesen unterschiedlichen Populationen, den Gruppen in der Bevölkerung. So, wir haben hier noch zwei Wortmeldungen. Zuerst, es tut mir leid, ist der Herr dort hinten dran, er hat sich jetzt schon so oft gestreckt. Könnte jemand, wäre jemand so nett, den Würfel durchzureichen? Achso, er hat ein Mikrofon. Ich habe ein Mikrofon hier. Okay, alles klar. Ja, Stichwort Tierheilkunde. Also ich bin selber Tierarzt und möchte eine Sache richtigstellen. Man kann sehr wohl beim Rinderherpes unterscheiden, Impfvirus oder Feldvirus. Ich möchte aber, ich bin ein bisschen impfskeptisch, das muss ich zugeben. Nicht wegen des Wertes von Impfungen, sondern auch wegen des Problems von sogenannten Adjuvantien. Und da ist das Aluminium sicher an erster Stelle zu nennen. Und eine Impfung ist generell nicht nur ein Pieks. Also eine Impfung ist eine solide Provokation des Immunsystems. Es ist eine Impfinfektion. Und sich damit auseinanderzusetzen, ist eine Leistung. Und das können nur gesunde Tiere und gesunde Menschen. Insofern verlangt man da auch eine entsprechend sorgfältige Untersuchung. In meinem Fall stand die Tetanus-Impfung an, die alle zehn Jahre üblicherweise empfohlen wird. Und ich war so frei und habe meinen Arzt gebeten, erst mal eine Blutprobe zu ziehen und auf Tetanus-Antikörper zu untersuchen. Und das Ergebnis war, der Antikörperspiegel ist nach wie vor belastbar. Auf die Impfung konnte verzichtet werden. Zehn Jahre später das Gleiche nochmal. Wiederum ist mein Antikörperspiegel belastbar, obwohl die letzte Impfung jetzt 20 Jahre her ist. So kann man aber grundsätzlich mit Impfungen verfahren, im Falle von Erkrankungen, gegen die man sich impfen möchte. Ich lasse erst mal einen Spiegel testen, ob ich vielleicht eine Feldvirus-Infektion durchgemacht habe. Das habe ich auch bei der FSME beispielsweise und konnte auf die Impfung verzichten. Und noch Stichwort Impfung von Kindern. Also das Immunsystem von Kindern streut viel besser als das von Erwachsenen. Und deswegen ist es total sinnvoll, eher Kinder zu impfen als Erwachsene. Ich will jetzt auch Erwachsenenimpfungen nicht in Grund und Boden reden, aber Kinder zu impfen ist tatsächlich ein wertvoller Schutz von Erwachsenen, auch von Alten. Also nur, um noch an das Letzte anzuknüpfen. Vielen Dank. So skeptisch sind Sie auch nicht. Möchten Sie noch was dazu sagen? Hier vorne der Herr mit dem Würfel. Bitteschön. Ja, danke schön. Mir war auch der letzte Aspekt sehr wichtig, der aufgebracht wurde, was es denn für Public Health Effekte hat, für epidemiologische Effekte, für wirtschaftliche Effekte. Und es spricht nochmal dafür, Wissenschaftskommunikation nicht nur aus einer einzigen disziplinären Brille zu machen, sei es die eines Mediziners oder vielleicht auch ergänzt mit Psychologen. Ich bin selber Volkswirt vom Hintergrund. Und bei uns, das war das natürlich Lehrbuchwissen, das Impfen öffentliches Gut darstellt, mit sogenannten positiven externen Effekten. Und natürlich, der Ökonom glaubt ja mal, den Homo economicus als Standardvariante sozusagen. Natürlich ist es da total rational zu sagen, die Kosten, nein, den Nutzen, das gesellschaftlichen Herdenschutz, das haben wir vorhin bezeichnet, kommt mir genauso zugute. Es gibt ein kleines Kostenproblem, das ist das sogenannte Impfrisiko, irgendwelche Nebeneffekte zu haben, auch die ökonomischen Kosten, wenn ich selber bezahlen müsste, die Dings. Und das und diese Kosten überlasse ich den anderen. Der Homo economicus könnte man auch als Egoisten bezeichnen. Und ich finde dann, wenn man dann sozusagen eine moralische Komponente einführt, dann vielleicht auch Philosophen daran zu beteiligen oder andere Verhaltenswissenschaftler, Sozialwissenschaftler wäre ganz gut. Insofern, mein Plädoyer ist einfach auch, solche Prozesse multidisziplinär, interdisziplinär anzusetzen. Und da sind wir dann auch sozusagen im Bereich einer wissenschaftspolitischen Diskussion. Und dann ist es eben tatsächlich aber so, positive externe Effekte müssen gefördert werden. Da es gibt sogar auch eine Verantwortung des Staates und der Gesellschaft, solche Dinge, solche Prozesse zu verstärken. Und das gibt uns Handlungslegitimation, hier in diesem Bereich tätig zu werden. Das sollte nur ein kleiner Beitrag sein. Danke. Ja, natürlich. Frau Bitsch möchte ihren Kommentar noch kommentieren. Bitte sehr. Ja, ich finde es ganz wichtig, das nochmal zu unterstreichen. Also wir haben zum Beispiel selbst in der Arbeitsgruppe auch so ein ökonomisches Spiel tatsächlich entwickelt, wo wir genau so etwas ökonomisch auch uns angucken. Es gibt auch Leute, die sich mit den moralischen Aspekten auseinandersetzen. Da haben wir auch schon Studien zugemacht. Sowas wie, weil wir uns vorhin gefragt haben, was ist es eigentlich mit den Impfgegnern? Sowas wie Purity, also so Reinheit, wem das ganz wichtig ist als moralischer Wert zum Beispiel, die lehnen häufig Impfungen ab. Also es gibt Forschung aus all diesen Töpfen, die Sie angesprochen haben. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Es wäre so wichtig, dass diese Art der Forschung jetzt eben auch, vielleicht muss sie noch besser kommuniziert werden, aber auch gesehen wird, wenn eben neue gesetzliche Regelungen geschaffen werden und Menschen aufgeklärt werden und eben in eine neue Policy-Umgebung gesetzt werden. Okay, da vorne in der ersten Reihe gibt es eine zweite Reihe. Ich habe eine Frage an Sie alle. Wie oft haben Sie die Gelegenheit, vor einem Publikum zu sprechen, was sich nicht so einig ist wie wir? Und da ich annehme, dass das nicht so häufig ist, wie könnten wir diese Gelegenheiten erhöhen? Ja, eine Frage an alle. Die sehr unterschiedlich beantwortet wird. Also ich meine, zumindest im Fernsehen rede ich vor natürlich nicht einem Publikum, was so da ist, aber ich kriege natürlich als Feedback durchaus auch Briefe, Mails und so weiter von Impfgegnern. Also da ist es breit, aber das ist natürlich ein anderer Dialog, wie wir ihn heute Abend hier führen können. Also wenn ich das kurz auch beantworten darf, also bei mir ist es genauso. Artikel zum Impfen von mir werden auch von Impfbefürwortern und Impfkritikern gelesen und entsprechend auch mit Leserbriefen gesegnet. Nein, nein, das ist genau das, was man nicht tun darf. Sorry. Weil, ich habe vorher gesagt Empathie. Ich glaube, das Wichtige ist, dass bei den Impfgegnern, dass man das Argument hört und fair und wirklich fair antwortet. Weil genau das dürfen wir nicht. Wenn wir immer hingehen und sagen, oh, da ist einer sehr skeptisch, dann machen wir den Fehler. Entschuldigung, aber also ehrlich gesagt. Bei meinen Briefen hat das ziemlich gut funktioniert. Ich habe, ich antworte auf alle Leserbriefe und es ist harte Arbeit. Es ist harte Arbeit. Und in keinem dieser Leserbriefe wird einfach nur gesagt, naja, Sie sind ja ein Spinner. Also überhaupt nicht. Das möchte ich nur mal kurz klarstellen. So, bitte, Herr Scheible. Also ich bekomme keine Leserbriefe und ich muss sagen... Wir können die weiterleiten, ja. Die weiterleiten, ja. Und war bisher auch in keiner kontroversen Diskussion, weil man glaube ich unter den Wissenschaftlern herrscht da Konsens, dass die Impfung einfach eine tolle Entwicklung und medizinische Entwicklung der letzten 100 Jahre war, die uns einfach von vielen Geißeln zumindest teilweise befreit hat. Ja, in der Tat ist es manchmal schwierig, wirklich Impfgegner zu finden. Wir versuchen ja manchmal auch unsere Forschung in diese Richtung auszuweiten, weil wir gucken wollen, wie wirkt bestimmtes Material bei Impfgegnern oder wie, ja, was bewegt die wirklich? Und das ist sehr schwierig, weil es gibt davon einfach sehr wenig. Und bei solchen Veranstaltungen hat man in der Regel ein, zwei, drei, vier, fünf Leute, vielleicht einen, der ganz krass dagegen ist und so eine Handvoll, die nicht so richtig wissen und dann einfach sehr viele Leute, die sich interessieren. Und ich glaube, das entspricht einfach tatsächlich der Verteilung. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, den tatsächlichen empathischen Dialog zu suchen. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das diese Art der Veranstaltung dafür geeignet ist. Ich bezweifle manchmal, ob wir vielleicht dieses Wort Impfgegner nochmal genau anschauen sollten. Denn wen meinen wir damit? Die Menschen, die wir erreichen wollen, sind ja Menschen, die aus welchen Gründen auch immer sich dazu entschließen, ihr Kind oder sich selbst nicht zu impfen. Das sind vielleicht nicht die eloquenten Impfgegner, die jetzt jede Theorie aus dem Hut zaubern, sondern die aus anderen Gründen sich dazu entscheiden und sagen, nein, das möchte ich nicht. Das sind vielleicht nicht Impfgegner im Sinne der aktiven oder proaktiven Menschen, die in Diskussionen sich beteiligen, sondern ganz still einfach für sich eine Entscheidung fällen. Und die sind, glaube ich, die, denen wir die Hand ausstrecken müssen. Es wird einen minimalen Prozentsatz an komplett überzeugten Gegnern geben. Und da habe ich das Gefühl, okay, da ist man mit dem Latein am Ende, die wird man nicht erreichen, wenn ich alleine in den USA an religiöse Gruppierungen und Sekten denke. Sorry, da kapituliere ich. Aber das Gro sind die anderen. Und ich finde, die kann man erreichen, wenn man sie nicht stigmatisiert als Impfgegner, sondern vielleicht als Zweifler oder als Impfverneiner in dem Sinne, dass sie sich nicht aktiv impfen lassen. Also, ich möchte vielleicht noch ein ganz positives Beispiel sagen, für wie hilfreich manchmal ist, dass es Gruppen gibt, die sich nicht impfen lassen. Es gibt so eine Gruppe in Holland, die sehr orthodoxe Protestanten sind. Und die sagen, wir lassen uns bzw. unsere Kinder nicht impfen. Gleichzeitig stellen sie sich zur Verfügung, wissenschaftlich untersucht zu werden. Und an Rand dieser Gruppe konnte jetzt gerade gezeigt werden, was für eine nachhaltige Wirkung, zum Beispiel eine Maserninfektion, da gab es einen Masernausbruch vor einigen Jahren, was für eine nachhaltige Wirkung dieser Masernausbruch für die Immunantwort gegen ganz andere Infektionserreger bei diesen Kindern, die da betroffen waren, von dem Masernausbruch hatte. Das hat eine Gruppe jetzt an der Harvard-Universität, wir durften die Personen untersuchen, durften gucken, wie die Immunantwort bei diesen Menschen aussieht und konnten zeigen, dass da wirklich erhebliche Schäden erzeugt wurden durch diese Maserninfektion, was man vorher gar nicht so wusste. Okay, also man wusste es vorher tatsächlich, glaube ich, aber man konnte es nicht erklären, die sogenannte Immunamnesie. Da hinten ist noch ein Herr mit der Frage, wir sind ein bisschen über der Zeit, aber wir haben auch ein bisschen Spital angefangen. Ich habe nur noch eine Frage auch. Ich bin selber Wissenschaftler und bin auch Wissenschaftskommunikator, also Podcaster, viel Kleineres. Allerdings, ich bin ein bisschen enttäuscht von der Debatte heute Abend, weil mir wird zu viel für und wieder diskutiert und eigentlich nicht um die Sache, also ums Impfen an sich. Und es ist natürlich ein leichtes Ziel, das ist wie immer so ein Preaching for the Choir. Es ist natürlich immer ein leichtes Ziel, sich den Gegner zu stellen oder den Befürworter, weil da baut man natürlich leicht Fronten auf beziehungsweise man hat die Leute hinter sich. Aber das haben wir heute Abend auch diskutiert. Das Gros der Leute ist doch eigentlich jemand, die sich informieren wollen. Und eigentlich hätten wir doch viel mehr diskutieren müssen, was bringt uns eine Impfung und wo bekomme ich die Informationen her? Und das ist halt auch harte Arbeit. Und ich glaube, es ist zu kurz gegriffen zu sagen, bitte verlinkt doch unsere Seiten, sondern da muss man, und da sage ich als Wissenschaftler, alle Wissenschaftler, wir müssen rausgehen und uns dem stellen. Und das möchte ich hier nur noch mal gesagt haben. Danke. Möchten Sie dazu was sagen? Frau Bitsch, ich hätte dazu jetzt die Frage, wo, weil jetzt eben die Kritik oder die Frage aufkam, wo kann man sich besser informieren? Also haben Sie da jetzt noch irgendwie abgesehen von der Seite, der Informationsseite der BZGA? Der abschließende Tipp. Bitte? Der abschließende Tipp. Ja, Sie stimmen zu. Klar, wir müssen mehr kommunizieren, wir müssen mehr raus, mehr Informationen. Die Webseite von der Bundeszentrale heißt www.impfen-info.de und auch auf der Webseite vom Robert-Koch-Institut finden Sie gute Informationen dazu. Ist das alles? Das ist ja auch ein bisschen dünn. Man könnte, ich habe jetzt völlig, also das eine ist wirklich die... Aber wie viele Webseiten wollen Sie dazu? Wollen Sie ein Go-to-Place oder wollen Sie ganz viele verschiedene? Es geht um etwas und ich glaube, das ist wichtig und das ist hier vorne bei der Dame angeklungen. Wir haben tolle Webseiten, aber viele dieser Webseiten sind für den Laien kompliziert. Das einfache Q&A, die einfachen Fragen. Ja, ich meine, die Mutter sagt ja, wie Kinderkrankheit. Ja, wenn die das durchleben, das stärkt die. Warum soll ich die impfen lassen? Das sind so die Sachen, die man wirklich aufdröseln muss. Und ich glaube, das Zweite ist, stellen Sie sich vor, ich meine, Jens Spahn und Co. wollen jetzt eine Impfpflicht einführen. Es wird so sein, dass das Parlament dafür votiert. Ich fände es eigentlich eine ziemlich coole Aktion, wenn die Parlamentarier, stellen Sie sich einfach mal vor, die Parlamentarier, jeder ein klares Argument nennt oder eine Sache aufklärt. Stellen Sie sich einfach mal den Impact vor, wenn ein Bundestag wirklich von Partei A bis Partei Z selber im Grunde genommen diese Botschaft rausgibt und sagt, hey, das ist wichtig. Also, dass man nicht sagt, die da oben machen ein Gesetz, sondern das ist persönlicher, das es direkter wird. Weil ich glaube, dann erreicht man viel mehr Menschen, als nur kalt ein Gesetz dahin zu setzen. Ein letzter Tipp von Herrn Scheible. Also kein Tipp, sondern ich kann das in der Tat nachvollziehen, dass viele der Webseiten doch nicht so gut sind. Weil gerade die des Robert-Koch-Instituts, die dann wieder verweist an die ständige Impfkommission, ist in der Tat schwere Kost zu verdauen. Und wenn man da anklickt zum Masern-Impfstoff oder Mumps oder sowas, ja, die Information, die man dann bekommt, ist für den Normalbürger meines Erachtens zu komplex. Gut, aber auch das Robert-Koch könnte ja direkt verlinken und ist nicht direkt verlinkt. Also nur ein Beispiel, das National Institute of Health in den USA, die haben ziemlich coole Animationen, also wo man das ad usum delphini wirklich mal zeigt. Hilft auch nicht überall offenbar in den USA. Wir haben ja auch einen Präsidenten, der Impfung mit Autismus in Verbindung bringt. Herr Kleiner hat noch eine abschließende Frage, war gerade mein Gefühl. Er hatte nämlich die ganze Zeit den Würfel auf dem Schoß. Ich habe den Würfel noch gehortet. Nein, keine Frage, sondern zwei Bemerkungen möchte ich machen oder zwei Felder. Das eine, eine Bemerkung als Ihr Gastgeber, im weitesten Sinne Präsident der Leibniz-Gemeinschaft. Wir haben eine wunderbare Webseite und die Debatte heute ist aufgezeichnet worden oder wird aufgezeichnet. Wir werden sie auf unserer Webseite auch zeigen. Wir wollen, dass Sie alle Influencer werden, denn wenn man mal so schaut, was in anderen Feldern Influencer bewirken können, nutzen Sie die Möglichkeit des Netzes, nutzen Sie das, was wir auf die Webseite stellen, um es zu verbreiten. Wir haben etwa eine Aktion Frag Leibniz. Sie können Forschungsfragen bei uns platzieren. Sie werden an die Institute weitergeleitet, den lässlicher Frist, sprich ein, zwei Wochen, beantwortet, sodass alle davon profitieren können. Wir haben eine Aktivität Book a Scientist, sodass bei Veranstaltungen Sie sozusagen, Stichwort Speed Dating, mit Wissenschaftlern Fragen erörtern können. Vielfältige Aktivitäten. Das vielleicht als Leibniz-Präsident gesagt, wir wollen stärker in die breite Öffentlichkeit gehen und zwar so, dass jeder das, was Wissenschaft sagt, auch verstehen kann. Fragen kann, dass wir auch auf verständlicher Weise in die Debatte nicht nur unter uns, sondern auch mit der breiten Öffentlichkeit gehen können. Eine zweite Bemerkung, die sage ich jetzt nicht als Leibniz-Präsident, sondern als Mitglied eines Rotary-Clubs. Es gibt diese sogenannten Service-Clubs. In Deutschland sind einige Zehntausend entweder bei Rotary, bei Lions und so weiter. Rotary hat seit einigen Jahrzehnten als eine internationale Aktivität, über die relativ wenig berichtet wird, Polio auszurotten. Es sind einige hundert Millionen Dollar zusammengekommen, um wirklich dafür zu sorgen, gemeinsam mit einigen großen Stiftungen, unter anderem Melinda und Bill Gates Stiftung, dass Polio ausgerottet wird. Und ich kann Sie nur ermuntern, Gleiches zu tun. Zum Beispiel könnte man ja auf den Gedanken kommen, in dem Moment, wo man eine Impfung empfangen darf, Grippe, Masern, was auch immer, dass man parallel spendet für eine Dosis Impfung in einem anderen Land, wo die Menschen nicht in dem Privileg sind, sich impfen lassen zu dürfen. Das wäre ein kleiner Appell. Danke schön. Ein schöner Appell zum Schluss. Wir sind sicherlich noch nicht am Ende mit der Debatte insgesamt, aber für heute Abend schon. Sie können sich jetzt alle noch bei einem Getränk weiter unterhalten über dieses interessante Thema oder über ein anderes. Ich bedanke mich recht herzlich bei den Podiumsteilnehmern und wünsche Ihnen allen noch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank. Applaus